Hallo Leute, weiter geht's mit Crash Bandicoot 4, it's about time. Kletterpartie ist der nächste Level. Ein Level, den ich als unglaublich hart empfinde. Okay, sind wir mittlerweile an den Zeitpunkt gekommen, wo alle Level hart sind. Also Spaß ist definitiv vorbei. Wenn man alle Relikte haben möchte. Wir gelten unsere Unterdrücker, die uns zwingen, unsere Geburtstagskarte selbst zu kaufen. Und die zu unterteilen. Ich meine, wir hätten wenigstens die Hälfte zahlen können. Aber den hier finde ich extrem schwer. Ist auch wieder extrem lang. Was Fails im hinteren Teil des Levels wieder sehr, sehr ärgerlich macht. Und die Wirbelmechanik wird hier wieder abgefragt. Ich habe glaube ich gleich beim ersten Checkpoint die Kisten eingeblendet. Das tut mir leid. So, hier muss ich jetzt schnell gehen, bevor das Laufband da einfährt. So, der andere kann auch hauen. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 51. So, das sieht ziemlich weit auf. Aber das schafft er halt mit dem Wirbel problemlos. So, der Hund kann sich von Acker machen. Da sieht man schon... Da ist... Das Rückblendet langt bis Levels. So, und der Spaß geht weiter. Der Drache ist ja auch grün. Deswegen, wenn wir hier sind, sterben wir nicht. Allerdings schleudert uns der Drache relativ weit weg, dass wir, sobald wir dem Berühren, eigentlich immer in Abgrund landen. Deswegen ist Berühren nicht so die beste Idee. Manchmal denke ich, hier seid meine einzelnen Freunde. Und dann wird mir klar, nein, es stimmt. Naja, Freunde seid ihr nicht unbedingt, ne? Oh, hier geht jetzt viel auf dem Bildschirm. Aber es geht noch, klar. Ich muss mich einfach nur konzentrieren und dann passt das. Hier ein bisschen warten. So, und beim Checkpoint haben wir 83. So, jetzt kommt ein sehr, sehr übler Bonus, wo ich sehr wahrscheinlich den Uka verlieren werde. Ich hab's, glaube ich, schon verkackt. Oder, nee, das krieg ich hin. Ich hab's verkackt. Ich hätte von Athen... Naja, vielleicht krieg ich's noch von... Ah, scheiße. Ja, müssen wir uns sterben lassen. Der Bonus zählt zum Glück nicht. So, dass ich das immer wieder probieren kann. Ich hab jetzt bloß meine Uka-Uka verbraucht. Ich hätte von TNT fast hochspringen müssen. Das muss jetzt genau passen. Ansonsten krieg ich das nicht. Zum Glück 10, die Bonus-Fails nicht in den... Relikt-Kram dazu. Ansonsten würde ich, glaube ich, ab hier das Spiel bojottieren. Mann! Das muss doch so gehen. Der Drachenabpraller ist zu random. Oh, mir kommt grad... ...ein Gedanke. Ja, ja, mir kommt ein Gedanke. Nein, das wollte ich nicht. Ah, ich wollte nach ganz oben und dann mit dem Wirbel rüber. Das geht, glaube ich, besser. Nope, das ist ganz falsch. Ein unglaublich beschissener Bonus. Okay, machen wir das so. So, und rüber. Wir haben's. Dann jagen wir dich hoch. Das Problem ist, das ist noch nicht erledigt hier. Es gibt noch andere Scheiß-Stellen. Unter anderem die. Okay, geschafft. Wir sprengen mal als erstes das Nitro hoch. Und dann holen wir uns das da. Mit dem Wirbel. Ich hab früher gedacht, hä, wie soll man die holen? Wenn man die Stampfattacke macht, fliegt man doch nach unten. Und die Wirbel-Action geht weiter. So, ich brauch kurz einen Moment. Luft holen. So. Ganz fies. Ganz fies. Ich sag's euch. Da war noch eine. Da war noch eine. Ich tu da immer ein bisschen länger wirbeln. Wir haben 117. So. Ich glaube, wir haben sie alle. Ganz ruhig. Es geht asozial weiter. Nein. Nein. Nein, 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 du Scheißvieh. Wehe, der Hund zieht jetzt noch mal so was ab. Verschwinde, du Missvieh. Ist hier irgendwas? Das Ziel ist nicht mehr so weit. Das könnt ihr euch bestimmt denken. So, einfach verweilen. Kein Stress. Ganz ruhig bleiben. Das Ziel ist echt nur noch einen Kassensprung entfernt. Wir haben 134. Fünf fehlen noch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Verschwinde. Ja, 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 ja. Ich hab ihn. So, das Ripplenband haben wir auch bekommen. Ich hab jetzt mal auf weiter gedrückt, weil diesen Level dürfen wir jetzt noch mal spielen. Weil in diesem Level gibt es auch den nächsten farbigen Edelstein, den blauen. Und dafür muss man was Spezielles tun. Und zwar dürfen wir in diesem Level keine einzige Kiste einsammeln. Das ist schon ziemlich hart. Deswegen sind die Kisten auch so scheiße teilweise platziert. Vor allem bei den Wirbel... ...Abschnitten. Und so, erstmal hört sich so an. Ja, keine Kiste einsammeln, kein Ding. Ähm, erstmal... ...alle Checkpoints sind weg. Aber da wir die Relikte sammeln, sind wir das ja sowieso gewohnt. Nein. Aber... ...es gibt hier Abschnitte, die die Hölle sind. Dadurch, dass du keine Kiste einsammeln darfst. Eine davon sehen wir gleich schon. Und zwar das da. Man kann hier aber ein bisschen tricksen und über den Zaun durchschwingen. Ich hab das erst vor kurzem herausgefunden. Früher bin ich immer versucht, über diese Kiste zu kommen. Man kann das schaffen, aber das hat extrem viel mit Glück zu tun, wie ich finde. Und ja, dann springt man einfach über den Zaun und dann passt das. Oh, scheiße. Ich hab hier so viel Zeit gelassen. Ja. Ja, nochmal von vorn. Tote sind scheißegal. Wir dürfen bloß keine Kiste einsammeln. Manchmal macht man das ja einfach aus Reflex. Du willst die Kiste gar nicht einsammeln, aber machst du es trotzdem. Das habe ich mir zum Glück mittlerweile abgewöhnt. Das war am Anfang echt schwierig. Vor allem die Checkpoint-Kisten. Vor allem, wenn du außersehende Kiste einsammelst, dann lässt du dich halt einfach sterben und machst dann weiter. Allerdings, wenn du dir einen Checkpoint einsammelst, damit wird die Kiste ja gespeichert, ne? So, diesmal kein Doppelsprung. So, jetzt wird es hart. Ihr seht, warum. Ja. Das ist unglaublich schwierig. Da ohne eine Kiste kaputt zu machen, durchzukommen. Ich kann ihn langsam nicht mehr hören. Ich kann den Bosskampf kaum erwarten. Ich will ihn so aus dem Maul hauen. Ich kann ihn nicht mehr verh radioellten. Ich kann ihn nicht mehr leben. Ich weiß nicht, warum ich so gerne verunrufst, aber mir fällt wohl auf, denn noch mal was hier. Na. So, kurze Verschlaufbauche. So, ich habe den Wirbel eben, ich bin zu früh nach links gegangen. Den Wirbel so früh es geht, halt ausmachen. So, das ist, er hat den Doppelsprung aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. So, hier einfach durchgehen, weil ich habe immer Angst, dass der Wirbel die Hunde gegen eine Kiste wirbeln. So, die Null steht noch da und das muss sie auch bis zum Ende des Levels. Den blauen Edelstein gibt es halt dann dort, wo es normalerweise den alle Kistenkristall gibt. Mein Herz. Ich darf nie mal die Uka-Uka mitnehmen. Nein, das stimmt. Okay. Okay, okay, okay. Okay, es ist sehr gut, dass wir hier sind, weil jetzt einfach einmal in den Bonus reingehen und sich sofort sterben lassen. Weil eigentlich müssen wir das jetzt ohne Checkpoint schaffen, aber der Bonus ist ja ein Checkpoint und jetzt starten wir, wenn wir sterben, von hier. Oh, das war knapp. Da kann man durch den Bonus ein bisschen tricksen und dann ist das Level nicht ganz so frustrierend, wenn man gegen Ende stirbt. Ey, nicht runterfallen. So, mach deine Trompete. So, hier müssen wir jetzt kurz einen Lander machen. Ah! Okay. Kurz, kurz ausruhen. Diesmal dürfen wir keinen Zwischensch... Nein. Kurzbrett ist wieder da. Wir warten, bis der Drache wiederkommt. Ich habe das schon eben bei einem normalen Run den Fehler gemacht. Und es wurde fast bestraft. Oh, jetzt sind wir durch! Jawohl! Da ist er! Den wollen wir haben! So, das ging einigermaßen schnell. Ich weiß noch, als ich diesen blauen Edelstein das allererste Mal gemacht habe. Es hat so lange gedauert, bis ich ihn endlich hatte. Okay. Okay, dann machen wir noch ein Rückblendenband, das wir gefunden haben. Dr. Embryos Überlegenheitsstudio. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Oh Gott, Nitrolöffel. Das wollen wir mal sehen. So. Ja, genau. Was ist da oben? Nichts. So, jetzt gibt es ein kleines Problem. Wir müssen den Pfeil kaputt machen. Ja. Genau das ist das Problem. Okay. Das Level wird Hardcore. Scheiße! Ja, es ist ganz gut, dass die beiden Level davor so gut funktioniert haben. Weil hier werde ich jetzt reichlich failen, habe ich den Eindruck. Und warum? Der hat vielleicht eine Haarspitze vom Crash berührt. Wenn überhaupt. Okay. Ich versuch's mal so jetzt. Mann! Ja, du musst den Wirbel halt früh genug machen, dass er rechtzeitig aufhört. Hätten sie bei den Pfeilen nicht irgendwie eine Nitrokiste in die Nähe packen können? Also da ist eine Nähe, aber das reicht nicht. Das war auch schon wieder sauknapp. Okay. Schnell hier weg. Das wird nämlich alles in die Luft fliegen. Das ist nicht wahr! Er ist doch daneben aufgekommen. Die Entwickler sind so miese Schweine. Okay. Da habe ich Glück gehabt. Das war eigentlich ein Treffer. Jetzt hört er nicht... Oh Mann, 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 Mann! Gut, dass das die letzte Aufnahme des Abends ist. Ich bin schon wieder in... ...passenden Modus. Okay. So. Diesmal machen wir das ganz simpel. Wir machen das so. Ja. Wunderbar! Okay. Das geht alles hoch. Das geht auch hoch. Was ist hier oben? Da oben ist gar nichts. Okay. TNT fast schrotten. Hoch. Ich habe nur eine Chance, hier alle platt zu machen. Und der Checkpoint. Halleluja! Boom mit dem Nitro! Seid einfach still. So. Ich glaube, das Schwierigste liegt hinter mir. Das Nitro ist ja alle weg. Okay. Zehn Stück noch. Ich hoffe, dass da unten fliegt nicht mit in die Luft. Fast. Okay, ich habe sie alle. Das muss ich nur noch zum Ziel. Das ist immer, denke ich, da oben. Ja! Halleluja! Boah, was für eine Tortur wieder! Schön, eine wahre Linke-Sand-Sleichtung! Ja, ich freue mich auch. Boah! So, dann den letzten Level und Embryo kommen dann beim nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.